Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, obwohl wir auf das zentrale Beweismittel, das in voller Länge sichergestellte und ausgewertete Ibiza-Video noch warten, ich denke, es sollte den Abgeordneten in Kürze zur Verfügung stehen, haben wir am 4. Juni mit der ersten Befragungssitzung des Ibiza-Untersuchungsausschusses begonnen. Die Fraktionen haben sich im Vorfeld auf 42 Befragungstage verständigt. In Summe wurden bis jetzt über 810.264 Aktenseiten geliefert. Zum besseren Verständnis, ein Untersuchungsausschuss ist ein politisches Instrument, das der Aufklärung der politischen Verantwortung dient. Ein Untersuchungsausschuss ist kein Gericht und schon gar kein Strafgericht. Es wird nicht über Schuld oder Unschuld der Auskunftspersonen befunden. Es kommt oft vor, dass sich Auskunftspersonen gegen die zeitgleich ein strafrechtliches Verfahren läuft, der Beantwortung von Fragen der Abgeordneten entschlagen. Um die Grundrechte und Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen zu wahren, ist diese Entschlagung zu akzeptieren. Denn niemand kann gezwungen werden, sich selbst zu belasten. Sehr wohl aber können die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses hilfreich für die Strafverfolgungsbehörden sein. Seit der gesetzlichen Änderung in der Verfahrensordnung 2015 betreffend der Vorsitzführung hat der Vorsitzende keine aktive Rolle mehr, sondern nur eine koordinierende. Die Leitung des Verfahrens, die Vertretung des Ausschusses nach außen und die Information der Öffentlichkeit und schlussendlich die Berichterstattung am Ende des Untersuchungsausschusses an den Nationalrat. In verfahrensrechtlichen Fragen beziehe ich laut Verfahrensordnung die Rechtsmeinung von Verfahrensrichterin Dr. Ilse Huber und Verfahrensanwalt Dr. Andreas Jockelk sowie deren Stellvertreter Dr. Wolfgang Pöschl und Dr. Barbara Weiß ein, die mir durch ihr Fachwissen sowie ihren professionellen und sachorientierten Zugang beratend zur Seite stehen. Der aktive Part der thematischen Befragung, die eigentliche Aufklärungsarbeit, fällt den Abgeordneten der Fraktionen zu. Meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass alle Regeln der Verfahrensordnung eingehalten werden. Die intensive Einbindung der Fraktionen bei der Entscheidung über Verfahrensfragen ist mir ein besonderes Anliegen und essentiell für eine konsensual orientierte Vorsitzführung. Trotz sämtlicher Herausforderungen, die die derzeitige Corona-Krise mit sich gebracht hat, ist es der Parlamentsdirektion gelungen, dass die Abgeordneten und die Vertreter der Medien unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen arbeiten können und die Auskunftspersonen keine gesundheitlichen Risken eingehen. Dafür möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken. Der Untersuchungsausschuss wird nach derzeitigem Stand im April 2021 enden. Wir werden Sie, werte Damen und Herren, über dieses Medium auch weiterhin am Laufenden halten. Ich glaube, auf die28-on-Krise。 Weiterhin hier bedrückt. Vielen Dank.